Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 11. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 952, heute mit den folgenden Themen. Thunderbird, Terraria, Fold und Valentinstag. Ich habe nicht viele Themen, es ist aktuell sehr, sehr ruhig um diese ganzen Technik-Themen herum. Und, oder, ich habe sie einfach nicht gesehen. Gerne auch mal ein Feedback von den Hörern, wenn ihr mögt. Wenn ihr da die ein oder andere News habt, die ihr meint, hätte ich reinnehmen können, es einfach halt nicht gesehen habt. Zuallererst gibt es Neuigkeiten zum E-Mail-Client Thunderbird. Thunderbird hat eine sehr grosse und sehr leidenschaftliche Community um die freie Open-Source-Software von der Mozilla-Tochter, MZLA. Und die bringen oder haben angekündigt, dass auf den Sommer diesen Jahres die nächste grössere Version Thunderbird 91 rauskommen wird. Geplant sind darin unter anderem Multi-Thread-Unterstützung, also bessere Verteilung bei Mehrkernprozessoren, Rechnern. Das gilt vor allem für den Kalender etc. Auch soll das neue E-Mail-Protokoll JMAP mit integriert werden und so weiter und so fort. Auch Offline-Nutzung und Situationen bei langsamen Netzwerkanwendungen, also Anbindungen besser gesagt, also wohl gesagt wahrscheinlich Optimierung für Deutschland. Das war jetzt böse, entschuldigt mir vielmals, aber ich glaube ihr wisst, was ich meine. Und das Ganze soll, wie gesagt, im Sommer diesen Jahres kommen. Da werde ich mir mal einen Termin eintragen und mir die App wieder mal anschauen. Ich bin gespannt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Dann gibt es Neuigkeiten zu den News, die ich, ich bin nicht mehr sicher, Ende letzter Woche oder Anfangs dieser Woche schon drin habe, zu Terraria. Der Entwickler, der gesagt hat, er macht nichts mehr für Google, sprich die Stadia-Version von der Terraria-App soll nicht kommen und nicht fertig umgesetzt werden. Da hat man jetzt anscheinend, vielleicht ziemlich sicher, sehr vage, den Grund gefunden. Google selber hat sich noch nicht zu Wort gemeldet, aber anscheinend soll es dadurch gekommen sein, dass der offizielle YouTube-Kanal mit dem persönlichen Google-Konto vom Nutzer verbunden ist und er da kein eigenes Google-Konto für eben den Terraria-Account hatte oder YouTube-Account hatte. Und das könnte unter anderem zu der Sperrung geführt haben. Einfach unschön ist, dass sich da Google nach wie vor nicht gemeldet hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das legen wird und oder ob Google das einfach aussteht. Neuigkeiten von Microsoft gibt es, die haben eine neue 100%-Tochter gegründet, die auf den Namen Vault hört. Das Ganze soll das Konglomerat um die Bethida und was hatten wir da noch? Ja, einfach die ganze Übernahme, welche im letzten Herbst angegangen sind. Alle Spieletitel, die da drunter sind, wie Wolfenstein, Fallout, Doom etc., die sollen in dem neuen Gaming-Studio namens Vault aufgehen. Sofern logischerweise dann auch die EU, welche am 5. März darüber bestimmen wird, ihre Zusage gibt zu dem grossen Übernahme. Wir dürfen also gespannt sein und für all diejenigen, die da im Gaming sind oder mit Gaming unterwegs sind, die werden sich dann an den neuen Namen gewöhnen dürfen, wenn es dann soweit ist. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein paar Tipps, so quasi Last-Minute-Tipps, falls ihr eurem lieben Schatz noch was auf Valentinstag schenken möchtet. Sie nicht bekochen oder ihn nicht bekochen mögt. Aktuell ist sie auch schwierig mit Spa-Ausflügen und solchen Geschichten. Somit ist vielleicht ein neues Gadget aus welcher Kategorie auch immer etwas für euch. Und da habe ich euch ein paar Kopfhörer, ein paar Wearables, also Fitness-Tracker, aber auch Router- und Repeater-Lösungen, ein iPad. Was habe ich da noch alles drin? Ja, am besten geht ihr selber schauen. Link wie immer auf daily.geektalk.ca und oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken und Nachlesen. In diesem Sinne war es dann auch schon für heute. Mehr Neuigkeiten habe ich, wie gesagt, nicht. Euch wünsche ich einen guten Start in den Tag, viel Erfolg und wenn ihr mögt, hört das nächste Mal wieder rein. Bis dann, euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.